Sie sind ausgelernte Steuerfachangestellte beziehungsweise ausgelernter Steuerfachangestellter oder haben gerade Ihr Studium hinter sich? Jetzt möchten Sie natürlich richtig durchstarten. Im Zuge der Digitalisierung sind immer mehr Mandantinnen und Mandanten auch an IT-Kompetenzen interessiert. Aber in der Praxis fehlt es häufig noch an Leitlinien oder einer Digitalstrategie. Um schneller und effizienter Spezialistin beziehungsweise Spezialist auf dem Gebiet Digitalisierung zu werden, bräuchten Sie einen ordentlichen Schub. So etwas wie einen Rennwagen der IT-Kompetenz. Eine neue Möglichkeit zur Fortbildung in diesem Bereich, der FIGHT. Die Fachassistentin beziehungsweise der Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse. Wenn Sie die Prüfung erfolgreich absolviert haben, besitzen Sie eine ideale Qualifikation zugeschnitten auf digitale Prozesse. Damit sind Sie zum Beispiel bereit, elektronische Geschäftsprozesse in der Steuerberatungskanzlei oder dem Mandantenunternehmen zu analysieren, zu standardisieren und zu automatisieren. Oder Sie entwickeln Digitalisierungsstrategien für die Steuerberaterkanzlei und sorgen für deren Umsetzung. Als Powerbooster können Sie folgende Schwerpunkte nutzen. Digitale Geschäfts- und Arbeitsprozesse, Automatisierung, medienbruchfreie Kommunikation, Abgaben- und Verfahrensrecht. Möchten Sie digitale Prozesse mitgestalten und Ihr Leistungsportfolio erweitern? Dann besorgen auch Sie sich schnell Ihren eigenen Rennwagen, um Ihre Karriere auf die Überholspur zu bringen. Besuchen Sie jetzt unsere Website www.mehr-als-du-denkst.de für weitere Informationen.